Die Brücke ist sauber, die kommen hier nicht rum. Bis auf einen leichter... Ja, Fahrzeuge. Ja, die Max hat uns jetzt gerade die Ressourcen aufgefressen. Aber dass die es so gefressen hat, das war brutal. Ja, ich guck mal, was hier noch ausfährt und ansonsten muss ich halt... in zwei Minuten kann ich... Gegnerische Panzerminen. Juhu! Wo? Direkt da. Ich meister mich jetzt nicht aus, doch scheiße. Gut, weiter. Sind schon an Punkt 10, aber das ist ein Spion. Dann übernehme ich das jetzt mit den Panzerminen. Ja, da Panzerminen legen ist eigentlich extrem gut. Weil wenn sie doch über die Brücke kommen, fliegen die ersten Fahrzeuge in die Luft. Wenn sie es nicht aufschalten. Denn Sandi reparieren, sicher, sicher. Äh, da ist ein... Leiter Sold. Im Haus. Geht jetzt zum Sandi. Oh, jetzt ist es wieder frustrierend. Da läuft der. Ja, ich hab... Ich reparier kurz noch den Sandi, die Punkte hole ich mir noch. Gut, weiter. Mist. Da kommen sie schon, die scheiß Ratten. Die Luftratten. Panserminen. Ja. Da oben ja jedes Mal. Ich hab's ja in der Wasser. Ich überlege noch mehr. Ich seh es nicht. Maggi, Maggi, äh, Sandi. Ja, ich hab daneben geschossen. Nein, boah, Futter, ist das jetzt dein Ernst? Das sind ganz andere. Er hat den Klairsichserkrapp viermal nebenan in Sunny geschossen, oder so. Jups. Viermal in Sunny verschießen auf einer geraden Strecke. Ja, Markus, fahr du mit mir. Ich bin nicht gegen die Warners. Ich bin gerade übermacht. Ich kann verstehen, die Warners, Mama. Ich bin der Puschi, ich bin der Marke. Ihr habt ja auch 100%. Ja, auf der Brücke aber nicht. Da noch ein Jumbo. Hm? Da war ich eigentlich noch ein leichter, am liebsten, als ich hier jetzt gerade noch erschossen. Der hat mich jetzt zweimal kalt gemacht. Ich glaube, du kannst es ein bisschen besser, ey, Mann, vielleicht. Das Handy ist da und ich habe es jetzt gekriegt. Jetzt hast du getroffen, einmal? Ja. Wie oft hast du geschossen, fünfmal? Drei. Ne, öfter. Ja, warum geht es? Ja, warum geht es? Wo dann von der Seite? Er ist tot. Ja, hauzt's mal. Tod ist tot. Ob ich jetzt da dann beteiligt bin. Ich war da dran beteiligt. Und das ist ein Moppet? Oh! Neben uns. Und tschüss. Ach, neben uns. Ja, neben uns. Da ist noch ein Moppet. Das war ich. Das war mein Kill. Aber ich habe versucht, den runter zu schieben, weil es das nicht mehr checkt hat. Nein, nein, nein. Oh, was macht der? Oh. Der Handy fährt mit voller Wucht von hinten auf uns drauf. Das bedauert mir, es blutet mir mein Herzchen. Dass ich dran schuld bin, ja. Oh Gott, schreibt das. Sorry. Oh mein Gott, ich gebe euch die Punkte. Komm, wir nehmen mal was, was nicht so schnell kaputt geht. Ja, aber da bist du halt auf der Brücke, haben wir sie aufgeschmissen. Die Brücke ist sauber. Die kommen hier nicht rum. Bis auf einen leichter Infobris. Ich frage es doch, ob die halt wieder so einen unheimlichen, äh, ein Entwürger gegen die Hände. Nehmen wir uns die Terranasero weg. Ah, die Vanos gehen alle Crossroads Watchtower. Komm, Ray, könnte knackig werden. Bei Markus, wenn du schon nicht mit uns gegen die Vanos kämpfen willst, dann kämpf nicht in einer anderen Base gegen die Vanos. Wir pushen gerade Skerritt Mesa wieder. Gut. Ja, da, wie schon gesagt, Komma Ray, müssen wir gucken, wenn da die Zeit anfängt zu laufen, dann sollten wir eigentlich nach Komma Ray gehen, ne? Weil das sind wir schon damals mehr unterzahlen. Und die Basis ist auch eigentlich gut zu halten. Ja, aber Skerritt Mesa kommen ja auch noch 15 Minuten haben wir noch. Äh, Sie Bad Listening meine ich, nehmen auch Probleme. Warte, wie viel haben wir dann? Oh, gar keine 15 Minuten mehr eigentlich. Noch 5 Minuten wären wir jetzt lieber. Ja, da können wir sogar was ausmachen, wenn wir nach Sie Bad Listening gehen. Ja, dann lassen wir da runtergehen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Haben wir da schon gespawlen? Markus ist da. Okay. Ich weiß aber nicht, dass wir hinkommen. Ich komme hin. Oh mein Gott, war das scheiß mal nicht. So, okay, wie ist die Lage? Alleine. Gehen wir jetzt erstmal ins Gebäude, ihr seid schon drin. Also, ich mache jetzt noch 5 Minuten, dann haue ich ab. Und dann... Ach, das? Oben auch nur, oder? Alles weitere sehen wir dann und dann auf jeden Fall ein schöner Urlaub. Ja. Und wenn irgendwas schief geht, ist Markus schuld. Achso. Wir brauchen ein Opfer. Das bist du. Ja, das ist natürlich der Tür. Ich glaube, das wird aber auch nicht einfach. Weil die sind auch eineinhalbmal so viele wie wir. Ja, aber das geht noch, da müssen wir bloß... Ah, die haben irgendwo eine Spawnlechte, ja? Wo seid denn die auf? Ja, zwei Spawnlechte. Wegpunkt, ich bin bei Scarlet. Ja, dann kommt Wegpunkt. Ich lasse mir Kontos Gerrall einnehmen. Ja, dann ist halt die Welt hier wahrscheinlich so gut wie weg. Aber wegen einem Kämpfer werden sie euch jetzt hier nicht den Bock fit machen. Ja, und bei dir ist das auch nicht so wichtig. Ja, das muss eigentlich keinen Unterschied. Ach, das ist gemein. Boah, leck mich. Oh, ein Verbinder hat mich zu 60% getötet. Danke. Ja, muss ich bedanken bei ihm. Scheiße. Das war jetzt schlecht. Gut, die kämpft wieder eigentlich. Scarlet, Messer, Hammer. 52 Sekunden noch. Das kriegen sie nicht mehr weggepusht. Ja, und das hier hat noch 90 Sekunden. Also, dann bin ich ja pünktlich bei euch. Nein, Lina. Na, wir kommen aus dem scheiß Haus hier nicht raus. Ja, ich auch gerade nicht. Wir sind auch da voll zugefarmt jetzt. Dann haben wir noch Chancen gehabt, aber jetzt sieht es schlecht aus. In Richtung Westen würde ich auf jeden Fall nicht rausgehen. Da stehen im Gelder Schütze. Ja, ich war gerade im Haus, ja. Verloren, dafür haben wir Inder gehalten. Komm, Array. Und Messer eingenommen. Messer nehmen wir eingenommen. Aber das bedeutet, die Warners überholen uns. Äh, ne, die Terraner überholen uns fast. Weil wir bleiben 35 und die machen jetzt 34 wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen... ...Hallysate verstärken. Gut, es gab jetzt ein Messer eingenommen. Ja. Was macht es, in Palisade zu gehen? Achso, ich würde jetzt mal ganz kurz abwarten. Vielleicht kommt ein Tag jetzt rüber zu euch. Ich komme. Palisade ist ein bisschen knackig. Ich glaube nicht, dass wir das packen. Die Zeit sieht zwar gut aus, aber das packen wir nicht. Trage ist, ob wir wieder zurückpushen sollen. Oder ob wir gleich sogar dann, dass der Hacker... Na, okay, angreifen. Das ist vielleicht wohl ein bisschen vermessen. Angreifen brauchen wir nicht. Nämlich, in dem Moment hier. Wahnsinn, die halten die Palisade noch immer. Dann gehen wir zur Palisade, unterstützen sie. Drei Mann. Ja. Wir haben dreimal mehr Feuerkraft. Ich viermal. Guck, dass ich von der Kron gleich eine Valkyro holt. Ich bin schon da. Wurscht Palisade. Können wir aber nicht spawnen. Doch. Wenn ihr... Ich kann... ...eine Base davor und dann wieder verlegst und dann... ... ist dann warm. Lockenjam, du holst, oder? Ich bin gerade hier oben auf dem Weg. Ich hoffe, das reicht noch. Bei 48 Sekunden. So, die Valkyro ist in der Luft. Gut. Dann fliegt. Fliegt. Oh Gott, Mann. Das ist das eigene Flagg, was mich da in den Rücken schießt. Haben die unsere Flagge? Kann das sein? Kann das sein. Achso, Ausstieg, ja, ne? Ja, und ihr werdet auch gleich aussteigen müssen. Ich werde gerade von allem Möglichen hier gejagt haben. Was? Boah, immer noch da hin? Fuck. Bob. Boah, scheiße, ich bin vorbeigeflogen. Ups. Boah, jetzt kommt da alle mit. Ah, scheiße, geil. Raus mit uns. Warte, warte! Nein. So, jetzt hat er war. Wir haben den A-Punkt noch. Wir müssen das SKE vielleicht auch ein bisschen anditschen. Was? Markus, den Lightning, hast du ihn? Ach, dann geht man durch. Der Wichs hat sich genau im richtigen Moment. Gott, ich bin Ingenieur, so eine Scheiße, Mann. Ich dachte, ich bin Sanitäter. Hab ihn. Fuck, Mann. Ich hab den Lightning gekriegt, aber ich hab, glaube ich, den Kill nicht gekriegt. Die haben die Spomb-Bicken weggemacht und mich auch. Gerade wollte ich drücken. Nee, jetzt haben sie es. Ja, wenn sie so weit sind. Schade. Wir waren so knapp vor dem Cap. Mhm, das hat sich sehen lassen können. Aber ich hab grown. Ja, das Saras Hyde, ne, da kommen wir nicht so schnell ein. Ich würde eher zur Saras Hyde Raphonics, das ist auch gegen die Terraner. Gut, und ich bin hier mit der Aufnahme. Wir haben es geschafft. Beziehungsweise nicht geschafft. Wir haben bei Saras nicht verhandelt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.